Hallo, Tachi kommt zurück bei Final Fantasy 7 Rebirth. Wir werden jetzt eigentlich in dieses Mokri-Haus gehen. Dieses nennt sich, warte mal, wir gehen noch mal ganz kurz weg. Und jetzt gehen wir gleich wieder hin. Das heißt nämlich, der alte Mokri, nee der alte, war es schon da? Ich weiß es nicht. Ja. Der alte Mokri am See, was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Bitte bring meine Kinder zurück, Kupo. Schabernackstufe 2, oieieiei. Oh, wie cool. Haha. Okay, wir müssen sie in den Wirbelwind machen. Hey, da kommen wir ja gar nicht so rein. Mist. Nein. Gar nicht. Koopo! 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 Musik Ich dachte, du würdest mich dreimal treffen lassen, oder? Kriegspinning! Ha! Okay. Ich stecke in die Klammer! Wo ist er? Ich stecke in die Klammer! Helft mir! Hu 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 hu! Okay, Mosch. Einer fehlt noch. Mocki, da! Guck auf! Hier drüber! Guck auf! Hier drüber! Guck auf! Guck auf! Guck auf! Ich glaube, das wird später noch richtig... Nun ja. Guck auf! 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 Wir haben sehr viel. Das ist doch hier ein Schnellreisepunkt, oder? Ja, wir müssen mal schnell hier hin. Nicht, dass ich das mit den Waffenpunkten mache und dann ... Ich bin jetzt auch nicht sicher, was es dann erhöht. Achso, wir haben ja gerade mal 10 von 60. Das sind doch Waffenpunkte, oder? So, was haben wir hier? Konterschaden. Achso, ich muss das hier erstmal machen. Beschleunigt das nach ... Ach, das müssen wir das erst machen. So, Frau Tiefe, was machen wir dir? Schärfen gemeinsam ihre Konzentration? Die Luft brauchen wir eigentlich nicht. Barbarenarm, Ralf. Ori, Talisman. Ne, ich will nicht. Wir gucken mal schnell zum Chatley, was der hat. Hey, Talisman. Hey, Talisman. Es sind mittlerweile viele neue Daten zusammengekommen. Was hältst du davon, deine Materie weiterzuentwickeln? Ja, deswegen bin ich hier. Besitz Null? Glut und Frost? Nein. Was ist das? Wie ist das? Wird das? Ich bin hier. Ich bin hier. Du bist. Sag mal, Cloud. Was denn? Was ist eigentlich aus deinen Untersuchungen zu den Protosubstanzen geworden? Ich will dich ja nicht drängeln, aber ich würde so gerne mehr über sie wissen. Gib Bescheid, wenn du etwas herausfindest. Also Punkt eins, was auf jeden Fall besser ist wie in Final Fantasy XVI, dass die hier tatsächlich, wenn die Text haben, auch alles vorlesen. Ich weiß nicht, was die sich bei Final Fantasy XVI gedacht haben, dass die da einfach nur die ersten beiden Wörter lesen und dann hast du eine Textbox, die du vorlesen musst. Also. Nun ja. Nicht ganz so geil. So. Ich versuche gerade, warum wollte ich ihn eigentlich hier hin zurück? Ach so, wegen diesen Waffendingern. So, dafür, dass wir jetzt einfach nur absteigen, aber dann ist er wenigstens schon mal da. Herzlich willkommen, Cooper! So, ich hoffe, dass wir jetzt hier noch nicht bekommen. So, die sind wir eh nicht so geil. So, ich hoffe, dass wir jetzt nicht so sehr gut sind. Ich meine, wir uns spüren, Die sind ein Duft und viele von uns spüren, Ich versuche gerade zu verstehen, was ich da eigentlich tue mit diesen Waffenpunkten. Waffenstufe 3, konfigurieren. Verstehe ich nicht. Okay. Oh ja. Hä? Ähm, okay. Huhn? Ich habe das Gefühl, oh das ist die Jagd, das ist Jagd 2, aber mir fehlt doch noch Jagd 1. Hä? Das habe ich ganz vergessen da unten. Da, da. Oh, das war es. 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Nun gut, hätten wir das. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwo eine Tankstelle, würde ich gerade sagen. Das war irgendwie doof, glaube ich. Das war's für mich. Okay, wir gehen mal hier runter. Kann man hier irgendwas? Hm, schön. Boah, das ist doch die Kanone. Die sieht krass aus. Kommen wir auch nach Vutai eigentlich? Ich meine, mit Yuffie waren wir ja im DLC-Mai Vutai. Warte mal, ich muss erst mal... Ich muss mal schnell erst den Barrel teilen. Hä, macht nervt. Fini, kannst du übernehmen. Ja, da also. Da geht noch was. Boah, fallen die da... Boah, das ist voll süß. Oh, das ist voll süß. Voll süß. Gibt es irgendwas? Warum bin ich hier? Ist das noch eine Ecke? Nee. Hä? Und Schuss! Jetzt hab ich hier der Sack. Auf die Fall! Haha! Huah! Sicher! Das war ich dann! Hey, was ist das hier? Hier kann man runter. Hä? Können wir das hier auch erkunden? Hier könnte ich doch gar nicht hin, oder? Hä? Wie kann das sein? Was soll das denn? Naja, ihr Lieben. Wir werden in der nächsten Folge mal hier runterkraxen und gucken, was da ist. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren, äh, Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss! Tschüss! Bye!